Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Rust. Ah, ich kill dich jetzt dann. Was? So, okay. Troll. Ne, 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 weg. Obt man seine Türen raus, Verstel, bombt man seine Türen raus. Ne, wenn ihr meine Türen rausbombt, dann bombe ich eure rein. Ja, und? Wir haben ja schon eine Türen, da kannst du nichts machen. So, wo habe ich denn meine ganzen Quality Frack? Ne, das ist eine Tür. Ich brauche meinen Low-Quality-Metall. Hier, na, hier nur eins. Dann scheiß. Ach, Mist. Ne, weil ich baue mir jetzt mal meine Gitter endlich ans Fenster ran. Tuste das, ja? Ja. Glaub schon. Hört sich zumindest nach Spaß an. Yay. Ne, Quatsch. Ah, ich brauche Bolt Action Rifle. Zahra kannst du schnell einspulen. Na ja, ich geh da nachher, Alter. Das war's auch schon. Habe ich Holz dabei? Natürlich nicht. Das heißt, ich muss wieder runterlaufen an die Workbench. Siehst du den Punkt auf der Wiese? Was brauche ich denn für die Wiese? Ich sehe den Punkt in deinem Gesicht, oder? Ich brauche jetzt in jedem Stockwerk eine Workbench, ey. Okay. Ja, das wusste ich gar nicht. Sowas gibt's doch gar nicht. Äh, Eddie, ich könnte dir 500 geben. Das wollte ich jetzt eben wissen, ob das so reingeht. Ach, das kann man gar nicht. 500 Holz. Für den Eis bin ich zu mir gehört. Ja, okay, dann halt nur sieben Stück. Bist du oben, oder was? Ja. Ich komme auch noch. Du hast gesagt, du brauchst Holz. Mein Idiot. Schankedön. Äh, baue ich dich ja die Bauchlöch hier rein. Nein? Damn, damn, damn. Boom, boom. Es sitzt. Da ist ja schon was drin. Wieso das? Braucht denn eigentlich so nötigens? Ja, du hast mir das Holz gegeben, das finde ich voll nett von dich. Dann kann ich mir hier jetzt eine Workbench basteln, wenn ich die Steine von unten hätte. Nein, ich hab doch gewusst, ich hab noch irgendwo ein Loch im Haus. Steinchen. Na, Steine. Da ist Hans. Bärstler? 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 Wo ist die Waffe wieder zurück? Ja, kriegst du. Okay. Versprochen. Ja, ich baller dich auch wenn nicht. Klingt sehr vertrauenswillig. Kommt dein Haus gar gut. Nein, nein, nein. Du musst mich nicht immer gleich umbringen. Immer hat aber Spaß. Doch, das ist seine Art. Ah, ich hab hier eine... Irgendwas muss ich doch auch mal können. Wo bist du? Ja, ich... Hab's gerade geholt. Ich hab gerade überlegt, ob ich hier nochmal eine dritte bauen soll. Aber da hab ich mich dagegen ausgesprochen. Ja. Okay, weil währenddessen einfach ein Monolog, okay? Okay. Lass dich nicht von mir stören hier. Ne, ne. Sowieso nicht. Lass bloß sein. Ja. So, ne Workbench endlich, oben. Natürlich hier auch mal Holz rein, ey. Log-Quality-Mittel hier rein. Oh, da hast du doch schon alle Aufsätze. Ja. Hier auch. So. Also. Auf der hab ich auch alle Aufsätze. Langsam dunkel wird's draußen. Und auf meiner Pistel hab ich auch alle Aufsätze. Und auf meiner MP5 hab ich auch alle Aufsätze. Und ich will wieder raus, Tommy. Ach ja. Und ich hab fast alle Waffen mit Aufsätze. Ich hab auch fast, ich hab alle Waffen auch doppelt. So, wenn ich jetzt das Boat-Action-Rifle baue. Und ich hab da keinen einzigen Slot für irgendwelche fucking Aufsätze. Ah, dann glaub ich aber. So schaut das aus. 30 Log-Quality-Mittel, ja bist du wahnsinnig. Darf ich denn Jobs seine Hütte anbomben? Der hat's echt nicht geschafft im Passwort. Hat er auch wirklich nicht. Der 20 Log-Quality-Mittel bist du... Hast du dich jetzt umgebracht, oder? Ja, natürlich hat er mich umgebracht. Der war in meiner Hütte drinnen. Ja, und? Vergrieb mich da einfach nur am Eck. Lass mein Zeug liegen. Lass mich zu dir rüber jetzt. Lass, mach auf. Mach auf. Danke für die Schruppe, Ente. Nein, lass, komm, die hab ich mir voll, äh... Ewig lange gebraucht, bis ich das hatte. Du hast sie jetzt echt genommen. Gib sie her. Nein, der hinter dir liegt. Gib sie her, du Sack. Was war ich jetzt gleich hier drin? Du Sack, ja auf dich warten. Dass du mich umbringen kannst. Das vielleicht auch, aber trotzdem. Gib sie her. Da war ich halt schneller dran. So, Jobs. Danach möchte ich dich wieder rausgeleiten. Ne, niemals. Ich kann ja auch nochmal umbringen. Da muss ich dich nicht mehr reinlassen. Sag, wer? Sag ich, wieso soll ich da reinlassen? Das ist ein hammergeiles Ding, wenn man hier so Lampen bauen könnte. Lampen und Stromkabel und einen Generator. Genau. Also, Jobs. Bist du jetzt bald fertig jetzt? Jetzt bin ich fertig. Wo bist du? Hier. Herrand. Lass mich raus. Ja, geh halt, du Poll. Hey, jetzt kann ich nicht mal mehr bei meinem Schlafsack spawnen. Ist dir schon klar, oder? Ich hab dir gesagt, wenn du versuchst. Ja, komm, du knallst mich einfach so ab, du spaßt. Na ja. Jetzt bist du in meine Hütte drin gegangen, mit so voll verdächtig. Ja, und jetzt hat mich geschossen. Du sagst, jetzt darf ich meine Nacht versuchen, irgendwo, in nirgendwo. 30-Log-Quality-Manager, glaub ich. Du selbst jetzt mein Zeug, sonst kill ich dich dann auch ohne Scheiß. Kann ich auch schnell dich erholen. Haus in, nein. Haus in irgendeine Kiste. Du Sackgesicht. Ja, war ich schon. Das ist mein Sack. Ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Ich hab nur eine Fackel dabei. Hoffentlich kommt jetzt in Zombie-Armee oder so. Alter, ich steig nicht. Oh, das ist vielleicht eh fast ganz gut geworden. Ich sehe nichts, doch ich sehe einen Holzhaufen. Ah, da ist die Straße. Ja, auf der Straße. Ah, warte mal, wo bin ich? Nee, nee. Okay, ein Schwein ist auch da, leisten wir Gesellschaft. Ah, wenigstens eine Schokolade hab ich gefunden. Dann kann ich wenigstens glücklich sterben. Alter. Ich weiß, wo ich bin, aber ich weiß nicht, wie ich da wegkomme. Na, macht auch keiner. Soll ich mir entgegenkommen, Job? Jetzt würde er seinen Fehler wieder gut machen, jetzt hat er schlechtes Gewissen. Nö. Ja, ich bin echt gerade verwirrt, wo ich bin. Irgendwo auf der Straße. Ja, da kann ich doch mal abknallen. Du hast mein Zeug schon irgendwo rein, oder? Da hab ich genau einen Aufsatz jetzt. Ja, ich laufe nämlich gerade dann mit rum. Ja, aber dann auf jeden Fall. Ja, ob ich's nicht abholen soll. Also. Ja, wenn ich wüsste... Ah, doch, ich bin beim Hangar. Okay, dann laufe ich schnell hin. Ja, ich bin schneller dran. Bin ich. Du bist schneller. Radioaktiv verseucht bin ich jetzt. Ich stirb. Ja, ja. So. Darf ich sie dann auslachen, wenn ich sterb? Wenn ich sterb? Ja, wenn ich sterb, dann ist das Zeugs auch mit weg. Dann bist du tot. Hey, vom Hangar? Ja, wo... Warte, ich bin etwas des und ich ja gerade vom Hangar in welche Richtung muss ich laufen? Bleib beim Hangar da. Bleib beim Hangar da. Weil der ist... Da ist gar nicht so die Richtung, die du läufst relativ wein. Weil es ungefähr gleich weit weg ist. Ach, Schuhe hab ich an. Juhu. Es ist dunkel. Es ist unglaublich. Warte, ich... Irgendwie konnte man sich hier damals hochglitschen. Ich glaub da mal leider nicht, ne? Wirst du eigentlich gerade. Schade. Ja, dass ich wissen will. Ja, im Hangar, in der Halle direkt drin. Ich weiß immer nicht, welches die schnellste Richtung der Hangar ist. Ah ja, können wir dann schon sehen. Ja. Ich loot hier noch ein bisschen dabei. Ja, ja, tobt sich Klausch. Mach ich. Ich muss sie doch verlassen. Ob ich den Kopf hier... Wolf. Na, ist mir glaub ich zu, das kann jetzt hier was looten. Ich bin aber auf die Stein hier ein. Das ist ein, das kommen. Ja, ich beweg mich schon hin. Ich darf halt nicht die ganze Zeit rumlaufen. Sonst seh ich selber nichts. Tja. Wenn ich die ganze Zeit sprint, leuchte ich nämlich, äh, immer zur Seite hin. Na, schon weg. Hilft viel. Nein. Vielleicht doch ein paar Schuss mitnehmen sollen fürs Boot Action Life. Ich muss sagen, ich hab... Da. Weiß dich kurz. Ich hab's dabei. Ich fühl mich grad irgendwie so, wie, 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 wie der Affe aus, ähm, König der Löwen. Wenn ich grad in so die Luft schau und mein Stein im Weg ist, schau, lass es für dich so, das Löwenbaby hochheben. Also, eine Gemeinsamkeit hat sie definitiv im Affen, Adrien. Welche? Ja, dass du vielleicht Affe bist. Lauf's doch. Offensichtlichste natürlich. Wo bist du? Ommö. Habe mich verirrt. Oh, ich seh den Mond. Warte mal. Der Mond ist zunehmend. Ne, warte, das heißt abnehmend. Der Mond nimmt ab. Der Mond ist, weil er so fett ist. Wie weit bist du noch entfernt? Ey, es ist grad... Äh, Eddie, ich komm später irgendwann. Hier ist grad so geiles Zeug in Small Red Zone. Nein, ich will jetzt... Ey, kommt jetzt irgendjemand entgegen? Ja, ja. Ja, ja, ich komm schon am Weg. So, aber es ist jetzt. Ich frag mich nur, wo ich hier grad bin. Kackeiert. Da, 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 da. Schneller. Ein Board. Hier die Board in der Hangar. Soll ich? Nein, nein. Ne, aber ich bin eh schon ziemlich in eine... Glaub ich jedenfalls. Hoffe ich jedenfalls. Nein, ich glaub da hat was ge... geleuchtet. Du das? Nein, auf! Ja, genau. Ich hab nichts an und so, aber du schießt einfach auf mich. Ach, das ist der Pärschle. Also tu mal ein Zeug. Ja, genau, das blute ich erstmal. Wunderschön. Alles her, alles her. Alles meins. Ah, da, äh, äh, was. Ich verliere, du hast es falsch hier genommen. Du musst unbedingt nach Hause, jetzt kann ich mir schon fast einen kompletten Redsuit. Ich hatte zwei, hä, hast du mir gegeben, fast. Ja, warte, 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 warte jetzt mal, warte jetzt mal, warte jetzt mal. Ich muss mich erst wieder anziehen. Hä, wieso ist mein... Ach so, weil du mich abgeknallt hast, ist mein Helm fast im Arsch, gell? Hm. Bist du ein Sackgesicht? Hm. Nein, du bist echt ein Sackgesicht. Ich bin so, dass ich... Freut mich ja, wenn's dir gefällt. Nein, wenigstens einem... Ja, seid ihr jetzt noch da, weil ich... Ja, ja. Hab keinen Fall, wie es zurückgeht dann. Ja, jetzt bleibst du halt stehen und warte jetzt mal, dir Nudeln. Hörst du? Hey, du hast mir meine Waffe nicht gegeben. Ja, die liegt da halt. Ja, super. Wie sollst du die da einlassen? Du sagst, es ist eigentlich ungefähr das Wichtigste. Wo seid ihr jetzt hin? Ich hab null Ahnung, wo ihr seid. Bin in der Hangarhalle drin. Ja, okay. Dann nenn ich jetzt die hinterher, weil ich jetzt gar nicht... Warte. Warte, 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 warte. Wieso lässt du denn die Waffe... Wieso lässt du die Waffe bei dir der Hand, du Spack? Nimmst alles mit, außer meine Waffe. Aber wenn Aventory voll war. Und warte, was ich noch gefunden hab. Möchtest du die wirklich geben? Ja, bitte. Wirklich? Ja. Sonst... Ganz sicher? Ja. Gibt's einen Headshot. Okay. Ach, Flashlight-Mod. Okay, besser. So, renn wir mal los. Welche Richtung? Als wäre es eh wieder Tag passt. Wolang? Keine Ahnung, machen wir jetzt gleich, wenn wir schon... Weiß und einen kleinen Abstechel. Ja, ja, sowieso. Manche Factory Redhound war, also ein Kumpel vorbeigeschauen. Bolldem Dude. Bis jetzt? Äh, hast du geschossen gerade? Ja, hast du. Doch. Nein, ich hab nicht geschossen. Hat jemand geschossen? Ja, der Zweiner wahrscheinlich, wer denn sonst? Ja, wo ist denn der? Ja, so ist er. Hinter euch. Ich schieße auf die Bären. Wir wissen, ob man die trifft oder fallen. Auf die Bären schießt er und die Kugel schlägt knapp neben mir im Baum ein. Du hast bloß daneben geschossen, gibst halt zu. Ah, ich Idiot hab vergessen. Ah. Hilf mich. Ach, ich muss erst noch nachladen. Sorry. Lauf. Hey, ich kann den... Das ist meins. Hä? Wieso kann ich den nicht? Kann ich auch gar nicht. Hm. Ja, jetzt halt. Hey, das ist meins. Egal, was da drin ist. Was war drin? Gar nichts. Doch, du hast das Besserst rausgeklaut, du Sack. Pank's Lane. Ja, ne. Hey, wieso lasst du die armen Viecher mich hier liegen? Kann man nicht so liegen lassen. Schlecht für die Umwelt. Wenn er nicht komplett zerhaken. Ja, bin gerade dabei. Ja, ich hab so ne Lust, jetzt einen Headshot reinzuhauen. Hab ich schon auf deinen Kopf gezielt die ganze Zeit. Hi. Hi. Puh. Ah, der hat das toll und aufgeflossen. Reserves, kids. Also hier drin ist halt leicht radioaktiv. Leichter ich fast nichts drinnen. Ganz ein kleines bisschen radioaktiv drin. Na, lass mich ran. Toi wieder, research kids. Alter, hab ich 5 research kids. Ja, da hat Munition gefunden. Endlich. Alter. Alter. Ich bin gestorben. Kannst du nicht mal hier reingehen? Wieso bist du gestorben? Ich bin gestorben. Fuck. Ah, jetzt hab ich auch nicht kämmt. Alter, ich bin so ein Idiot. Ja, und wie sollen wir jetzt da reinkommen? Fuck. Scheiße, ey. Wieso bin ich auch da rein mit so einer Mini-Waffe? Alter, ich hasste dich dafür, dass du meine Waffe nicht mitgenommen hast. Ich hasste dich dafür, dass du meine Waffe vernichtet hast. Ey, meine Waffe, mit der wäre ich locker gegen die Wolfe angekommen. Du bist so spack, ey. Hast dich, du hast dich zwei Mal umgebrochen und meine Waffe daheim lassen, du Sack. Ja, wo bist du denn gestorben? Wo da drin? Ja, in der, in der, äh, da wo diese großen Türen sind, also in der größten Halle. Weißt du, diese, diese Klappttüren. Ja, natürlich ganz hinten drin. Ja, da kommt man aber eigentlich relativ schnell rein, wenn du ein paar antiradioaktive Pillen dabei hast. Alter, Scheiße. Vielleicht hätte das viel nicht mehr dabei, die antiradioaktiven Sachen. Fuck, ey, wo bin ich aus dem? Ich kann halt nicht alles, ich nehme halt nicht alles mit. Ja, aber das Wichtigste. Hast du, bist du schon drin raus? Alter, hoffentlich bin ich gerade in der Nähe gespawnt. Ich habe jetzt nämlich echt gerade keine Ahnung, wo ich bin. Ja, ja. Scheiße. Wo ist die Waffe? Alter, wo bin ich? Fuck, jetzt bin ich auch gleich im Arsch. Ja, dann lauf lieber. Dann lass mein Zeug in Ruhe, vor der Ahnung, Frex. Aber fuck, ey, Mann. Wo bin ich jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich habe Schroppwett-Munition wieder gefunden. Also ich habe die Pistole und ein Research-Kit gerettet. Mehr habe ich nicht geschafft. Was, nur eine Pistole und ein Research-Kit? Ja. Weißt du, das ist eine Mose, ey. Ehrlich. Alter, Scheiße. Komm, aber mein Zeug ist jetzt noch da, oder? Ist das jetzt nicht despawned oder so? Nee, es ist nur drin. Fuck, Mann, wo bin ich? Das gibt's ja nicht. Nee, ich war noch niemals auf dem Teil der Map. Ich war noch niemals in dem Maul. Scheiße. Ich war noch... Hey, komm, ich als erstes, wenn ich mich im Zoller sehe, dann bringe ich ihn um. Nur wegen dem Sack. Ich ging nie durch San Francisco in zerrissenen Jeans. Nur wegen dir ist es passiert, ne? Alter, Dulz. Nein. Alter, verdammte Scheiße. Wo bin ich? Dave Suicide. Da bist du wieder daheim. Ja, nee, 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 das mach ich jetzt nicht. Von daheim bis zur Ankerhalle brauche ich ja auch noch mal ein Stückchen. Ich glaube, da bin ich jetzt ja näher dran. Erfahren wir das in der letzten, äh, in der nächsten... Was erfahren wir in der nächsten? Aufnahme, wann du daheim bist. Na, ich glaube, das sollte jetzt noch gehen. Ey, ich will jetzt nach Hause, also ich bin nicht nach Hause. Ich will erst mal mein Zeug zurückkriegen und dann, dann kann ich beruhigt irgendwo hingehen. Warte, ich doch nicht. Kann man nicht so einen Speedmod einbauen. Genau, hoffentlich geht der Wolf jetzt noch auf mich los. Puh. Was ist denn da hin? Und du den, Dreck? Das ist da um hier. Weil, dass du immer da hinlaust, wo ich hinlaufe, das ist doch irgendwie auch nicht. Jetzt nimm du den anderen. Dein Spack, wo ehrlich. Ja, wahrscheinlich bin ich mit Sicherheit in die komplett falsche Richtung gerannt. Nein, du bist so ein Homo, jetzt verpiss dich halt mal. Ey, Zollner, hast du noch Platz in deinem Inventar, dann könntest du den Rest von mir noch aufheben. Das nervt mich so unglaublich, der Typ. Doch, weil sonst bist du tot. Sonst bringe ich dich mit Sicherheit um. Ich kann dir nix dafür, wenn du so blöd bist und da reingehst. Ich kann nix dafür, wenn du so blöd bist und das alles mitnimmst, außer meine Waffe, das Wichtigste. Mit der Waffe wäre ich nicht verreckt. Du brauchst nur einen Schuss, um den Wolf zu töten. Jetzt gehe ich da hin, bau das ab, jetzt kommt der Spackung gleich wieder. Nein, natürlich bin ich jetzt... Alter, ich bin jetzt in der Resource Town da, also nicht in dem richtigen Resource Valley da, sondern... Resource Valley oder was? Naja, nein, in dem anderen da. Fuck, Mann, ey. Ein ganzes Zeug, ihr Penner. Das ist nicht lustig. Ich hasse dich echt jetzt. Nein, ich bring dich um. Das mache ich ehrlich gleich. Das war die Fersche. Ich lade dich lieber. Das ist nicht hart gesehen, wo der Laser hingezeigt hat. Ne, wer soll ich das denn sehen? So ein bisschen ärgerlich ist es ja schon, ne? Wenn es so direkt in die Fresse läutet, sieht man es vielleicht. Hey, wenn ich jetzt ne Waffe in der Hand habe, dann hab ich Rage so rum gleich. Ich lauf amok, Mann. Geht's mir lieber keine Waffe. Ja, und soll ich sie daheim gelassen haben, Adrian? Bist ihr gleich tot, ey. Wenn ich dich sehe, dann hau ich nicht mit dem Stein zahm, ey. Ich loot dich aus und dann, wenn du nix mehr, dann hast du nur noch... ...nur noch deine Fackeln in der Hand und dann hau ich ein auf dich. Kommst du euch am Hangar vorbei, wenn du jetzt hattest? Ja, mal schauen. Ich muss erst mal wissen, wie ich da am besten hinkomme, weil ich doch davor schon gesagt hätte, ich weiß nicht genau, wie man zum Hangar kommt. So. Aber in der Straße langlaufen. Ja, genau. Wir brauchen ja noch länger. Einfach, ganz einfach. Ja, voll easy. Ich hab so dunkelheit durch die Berge durchgeschafft. Also, ja, ist voll easy. Halt's Maul. Nur weil du Luke bist. Ich will meine Waffe daheim lässt, ey. Ja, und? Das einzige, was man braucht, wirklich, lässt du daheim. Du bist da voll fast. Du tötest mich, wenn ich die nicht save. Ja, und jetzt zollt ich dich erst recht. Ah, ich hab die Waffe doch gesaved, schau. Du bist trotzdem tot. Ja, und? Du sagst, dass ich dir die Waffe nicht geben muss. Scheiße, mehr hinter mir. Keiner. Das sind die nicht zu mir. Wenn wir sie nicht gibt, dann hol ich sie mir. Mit Gewalt. Hoppala. Alter, das ist natürlich jetzt auch nicht Red Town, oder? Factor hat der Factory... Na, warte mal, oh, das ist Factory. Wir waren in Factory, gell? Ja. Ah, nee, das ist aber Big Red Town. Ach, kacke. Hey, wenn ich bei Factory stehe, muss ich dann nach links die Straße? Also, quasi das... Also, geradeaus, wenn die... Da, wo du hergekommen bist, so ungefähr. Von da, wo du hergekommen bist, musst du einfach raus. Also, wo bist du jetzt? Big Factory Town, oder? Nein, Big Red Town. Big Red Town. Ja, aber an der Straße weiterlaufen. Ja, welche Richtung? Wenn ich jetzt, äh, vor der... auf der Straße stehe und auf die... äh, Red Town schauen, muss ich dann links rennen oder rechts? Rechts ging ihr irgendwann zum Haus. Vom Haus weg. Okay. Ja, ich laufe auf der Straße gerade entlang, mal schauen, ob wir uns da finden. Bin mir nicht sicher, ob das stimmt? Die Richtung. Lauf ich da echt nochmal durch Berge durch? Ja, ja. Ne, davon komme ich dann wieder zu Resource Valley raus, mit Sicherheit. Ich glaube, das ist schon die falsche Richtung. Ich glaube ich. Seid ihr eigentlich gerade? Alter. Ja, okay, dann... Ich spiel gerade fast, gerne. Dann renne ich mal und versuche mein Zeug wiederzufinden und, äh, dann... schalte mal nächste Runde wieder ein, gell? Also bis dann, Leute, ciao. Jo, bis dann. Tschüss.